So, oh, Speicherpunkte. Super. Speicherpunkte sind dein Vorhang. Lalalalalalalalalala. Okay, wer das Lied jetzt kennt, der... Der kennt das Lied. Hoppala. Oh shit. Oh, oh fuck. Jetzt hab ich ganz vergessen. Oh Gott, oh Gott. Ne, Moment mal. Falsche Waffe. Ich bin jetzt ein bisschen da dran. Bisschen umfeld, bisschen umfeld, bisschen umfeld. Ja, wunderbar. Hoppala. Scheiße. Oh nein. Nur ein bisschen Problem. Scheiße, die Skoration. Hey Mann. Ah, das ist ja witzend. Mann. Das ist jetzt blöd. Immerhin bin ich hier. Muss ich nicht so weit laufen. Aber wo sind... Wo ist der Rest von meiner Truppe? Wieso bin ich hier alleine? Ich hab keinen Bock gegen so ein... So eine Riesenarmee von diesen... Was auch immer zu kämpfen. Und jetzt... Ah, das ist ganz... Ich hab kein... Ja, ich hab gern... Ja, ich hab' ja... Ja. Okay, wenn ich hier heist... Ja. Okay. Alter nicht irgendwie... festsetzen kann. Multiplayer könnte man das doch bitte. Wie schwierig kann denn das bitte sein, so ein Trixzn zu verbringen? Geht doch. Ich will doch nur leben von dem Typen. Ist denn das zu viel verlangt? Ne, ich dachte schon fast, dass es wären die, die gerade gestochen sind. Na, davon ist irgendwas. Oh, oh. Kommt doch her jetzt. Ah, wunderbar. Den Hammer. Wo ist der? Da oben. Schluckt der. Ja, das ist er. Wie viel hält denn der Typ ab? Also viel Munition, aber Schaden macht er. Für die Menge. Okay. Ja, er ist weg. Sehr gut. Ich will mal versuchen, die im Fernkampf, was auch immer, Dinger zu töten. Das sind Granaten. Die braucht kein Schwein. Mehr von mir. Ich brauche Leben, Mann. Okay, da hinten kam irgendwas auf mich zu. Da ist es. Gibt's denn nicht? Wer gehen will? Ne. Ich denke mal, der ist jetzt tot. Oh, jetzt habe ich es ausgelöst. Aber jetzt habe ich doch jemanden vergessen. Was sind euch nicht da? Scheiße, ich habe doch schon Leben. Und mir fehlt wieder mal ein bisschen Leben. Ich müsste eigentlich mal den Wildheitsmodus öfter benutzen. Das ist fast wie eine Abstinenz. Wie das... Ich versuche, so oft und so lange Special Moves nicht einzusetzen. Eigentlich immer ein großer Fehler. Sehr großer Fehler. Hops. Halt, Rappe. Was habe ich jetzt eigentlich gekocht? Oder geschossen? Gut. Und den... Ich denke mal, diesen Platz, da kann man für irgendwelche anderen Sachen auch benutzen. Rein in After Effects mit dem Ding. Und dann... Ach, gibt's noch nie. Ah, das glaube ich langsam immer. Jetzt ist er weg. Endlich. Der ist immer noch am Leben. Jetzt der Balter ist die echt ineffizierte Waffe, die es gegeben hat. Gegeben hat und glaube ich, gegeben wird. Gegeben wird. Ja. Gegeben haben wird. Oh, verdammt. Ja, das sehe ich auch. Hm. Hm. Aber wer hat das Ding nur abgeschaltet? Funktioniert super. Ach, ich muss wieder zurück. Okay. Jetzt verstehe ich wieder. Vor allen Dingen, als das Ding da war. Oh, weiß ich jetzt. Ich wollte irgendwas sagen. Bla, bla, bla. Schienen. Genau. Als ich das aktiviert habe. Extrem krass. Die kommen einfach. Ich mache das an und auf einmal kommen die. Vorher war Ruhe. Eigentlich müsste das ja gerade andersrum sein. Eigentlich müsste das ja gerade andersrum sein. Ich mache das an und die hauen ab. Und dann ist Ruhe. Ja, komm. So kriege ich das Ding denn nicht. So, welches Audio-Log? Welches Audio-Log? Leitamira 5,5. Ist nicht ihr Ding, was? Ich sage, das ist die beste Chance dazu. Haben Sie Vertrauen, Sam? In der Nacht erwischen wir die Orks vielleicht auch... Ja, sag denn sie was. Schlafen nicht. Hm, aber Orks brauchen mich zu schlafen. Nehme ich jetzt mal an. So, volle Munition. Wunderbar. Und es speichert.